Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesesreihe zur Chemie sind wir jetzt mittlerweile bei der fünften Vorlesung angelangt und heute werden wir anfangen uns mit Säuren und Laugen zu befassen. Ihr seht, die Zahl 1 zeigt schon an, dass ich diese Vorlesung in zwei Bereiche gliedern werde. Das liegt daran, dass wir uns hier im ersten Bereich erstmal allgemein um die Begriffe Säuren und Laugen kümmern und die Reaktionen, die beide miteinander eingehen, die sogenannte Neutralisation, das seht ihr hier auch im Inhaltsverzeichnis. Das ist also quasi der rein theoretische Teil zu den Sachen inklusive der chemischen Reaktion. Der zweite Teil wird sich dann mit pH-Wert, pks- und pkb-Wert befassen, sprich die Werte, die angeben, wie sauer oder basisch eine Lösung ist und natürlich auch, wie wir diesen berechnen können. Okay, fangen wir damit an. Wir starten mit den Säuren und als erstes wäre zu erwähnen, dass der Name Säure sich vom Geschmack, also Sauergeschmecken, ableitet. Und einst gelten alle Stoffe, die in Protonen abgeben, als Säuren. Später hat man dann das ein bisschen erweitert und hat festgelegt, Säuren sind alle Stoffe, die Protonen abgeben, sind also sogenannte Protonen-Donatoren, Donator von Geber. Typische Eigenschaft der Säure ist, dass sie in Protonen- und Säurereste zerfallen. Der Fachbegriff dafür lautet Dissoziieren. Wir haben ja also Säure reagiert hin und zurück, das bedeutet der Pfeil, der Doppelfeil, zu Protonen plus Säureresten. Das heißt, dass es eine Gleichgewichtsreaktion gibt der Pfeil an. Das bedeutet, sie dissoziieren in der Regel nicht immer zu 100%. Ausnahme sind starke Säuren und Basen, bei denen kann man ausgehen, dass sie zu 100% dissoziieren. Aber wir werden in der nächsten Vorlesung dann spätestens auch sehen, dass sie halt nicht, also dass sie nur eine geringe Prozentzahl ausmachen. Die meisten Säuren und Basen sind schwach. Nehmen wir als Beispiel Phosphorsäure, H3PO4. Diese dissoziiert in Protonen- und Phosphat-Ionen. Wir haben also H3PO4 reagiert zu 3H+, plus PO43-. Die frei werdenden Protonen werden in der Regel von einem anderen Stoff, den sogenannten Proton-Akzeptor, aufgenommen. Und diese Reaktion von Donation-Abgabe und Akzeption-Aufnahme vom Proton wird als Protolyse bezeichnet. Ja, wie schon gesagt, Doppelfall zeigt an, dass es eine Gleichgewichtsreaktion ist. Und bei dieser findet so lange eine Reaktion statt, bis sich ein Gleichgewicht einstellt, in die die Hin- und Rückreaktionen gleich schnell verlaufen und sich, wie man namens vermuten lässt, ein Gleichgewicht zwischen den Edukten und Produkten einstellt. Die Stärke einer Säure wird daran gemessen, in wie viele Protonen sie bezogen auf ihr Volumen dissoziiert. Da sind Säuren, die stark dissoziieren, also deren Reaktionsgleichgewicht stark zugunsten der Produktseite liegt, starke Säuren gehen, die kaum dissoziieren schwache Säuren. Die typischste und ich denke mal bekannteste Eigenschaft von Säuren sind, dass sie ätzend sind. Das bedeutet, dass sie Schädigungen an diversen Gewebe verursachen, zum Beispiel indem sie Proteine zersetzen und daher zu Gewebeschäden führen. Einen sauren Geschmack haben sie, das haben wir auch schon gelernt. Sie fühlen sich auch schmierig und seifig an, einfach auch weil sie Sachen auflösen. Durch die Dissoziation sind freiwillige Ladungsträger vorhanden, folglich können sie in elektrischen Strom leiten. Und mit Laugen reagieren sie unter Bildung von Salz und Wasser mit starker Energiefreigabe, weil sie ihre ätzenden Eigenschaften verlieren. Das ist dann die sogenannte Neutralisation. Achtung hierbei, niemals, wenn man es vermeiden kann, starke Säuren und starke Basen mischen. Einfach aus dem Grund, dass sie wirklich heftig viel Energie freigeben. Es kommt also sehr schnell zu einer fast explosionsartigen Reaktion, allerdings nicht Explosion im physikalischen Sinne, sondern im chemischen Sinne, dass quasi wirklich sehr viel Energie sehr schnell frei wird. Es kann als durchaus passieren, dass eine heiße Fontäne eine Säurelauge gemischt einen entgegenspritzt, wenn man die schnell zueinander gibt. Die Erfahrung habe ich leider auch schon in der Praxis machen dürfen, weil eine Flasche, die ich hatte, etwas schlecht beschriftet war. Ich wollte verdünnte Salzsäure haben und für den nächsten Tag hatte ich mir dann konzentrierte Salzsäure bestellt. Die verdünnte habe ich gebraucht, weil ich eine Reaktion hatte, bei der ich eine Lauge dann neutralisieren musste. Und als ich meine Chemikalien dann abholen wollte, sah ich meinen Kürzel drauf und derjenige Dozent, der das zusammengemischt hat, hat dann meines achtens v.hcl draufgeschrieben, für mich also verdünnte Salzsäure. Ja, nach Zugabe und einer Diskussion mit dem Schadensinspektor hat sich herausgegeben, dass das kein V, sondern ein K darstellen sollte und es konzentrierte Salzsäure war. Ist allerdings insgesamt ganz gut ausgegangen, ich habe ein paar Kleidungsstücke verloren, ansonsten war aber alles okay, weil ich Gott sei Dank auch entsprechende Schutzkleidung anhatte. Also hier bitte noch einmal sehr, sehr vorsichtig arbeiten. Machen wir eine kleine Übung, um diese gerade gelernten Fakten etwas zu verinnerlichen. Die Aufgabe lautet, kennzeichnen folgende Reaktion die Säure. Ich habe euch hier fünf Reaktionen vorgegeben und einfach mal aufschreiben, markieren oder wie auch immer irgendwie kenntlich machen, was davon die Säure ist, anhand der Definition, die wir gerade gelernt haben. Ich wünsche viel Erfolg. Okay, zweite Übung ist, ergänzt die Produkte, Edukte der folgenden Dissoziation. Hier habe ich Reaktionsformeln aufgestellt, aber ihr seht, die sind natürlich lückenhaft. Eure Aufgabe ist, hier die Lücken zu füllen und wieder wünsche ich euch viel Erfolg, viel Glück, passt ein bisschen auf, denkt nach. Von der Schwierigkeit nehmen sie von oben nach unten natürlich zu. Am besten pausiert ihr auch hier an der Stelle wie das Video, nehmt euch Stift und Papier und notiert euch die Lösung. Ich springe natürlich gleich weiter zu dieser, damit ihr nicht ewig warten müsst. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur Lösung von Aufgabe 1. A. Ja, hier war die Säure HCl. Bei B war H2O die Säure. Ja, Wasser kann als Säure vorliegen, kann aber auch als Base vorliegen, das ist gerade der Witz. Egal natürlich welches Wassermolekül wir hier nehmen. C. C2H6 ist hier die Säure, das Ethan. D. Ca3COOH ist hier die Säure, ist auch bekannt als Essigsäure. Immer daran denken, Säure ist halt alles, was Protonen abgibt. Das wäre in dem Fall sie. Und E. Hier haben wir wieder Wasser als Säure gehabt. Okay. Ja, das war die Übung zu dem Thema Säure. Kommen wir jetzt zur zweiten. Ergänzt die Produkte, Edukte der folgenden Dissoziation. Bei A. Hatten wir vorgegeben, dass Fluorwasserstoff zu Fluorid-Ionen reagiert und wozu noch? Ganz klar, muss er dann natürlich das Proton sein. Als Säure gibt es ja dieses ab. B war entsprechend auch einfach H2SO4. In was dissoziiert das? Natürlich in zwei Protonen. Und der Rest, der dann entstehen muss, der Säure-Rest, ist natürlich SO4-. Muss ja ladungstechnisch auch immer ausgeglichen sein. Bei C hatten wir es andersrum. Da hat ich euch die Produkte der Dissoziation gegeben. 3 Protonen und das Phosphat-Ionen PO4- und das ergibt zusammen die Phosphorsäure H3PO4. Bei D haben wir die Methansäure HCOOH vorgegeben gehabt, die zu COOH- das entsprechende Säure-Rest-Ionen reagieren soll und natürlich das Proton, was typisch für diese Dissoziation ist. E. Vorgegeben als Produkte haben hier Methanchlorid plus Chlorid-Ionen plus Wasserstoff. Und ausregend sind wir hier von Methan plus Cl2 und Methan, CH4, hat hier als Säure quasi agiert, weil es ein Proton abgegeben hat. Das reagiert dann noch weiter, wird dann noch zu CH2, Cl2, CHCl3 und so weiter und so weiter, weil es quasi eine Kettenreaktion ist. Okay, damit sind wir bei den Laugen. Diese werden auch als Basen oder alkalische Lösungen bezeichnet. Sie sind quasi reaktionstechnisch betrachtet das Gegenteil der Säuren, auch wenn sie die gemeinsame Fähigkeit haben, ätzend zu sein und Proteine zu zerstören, weshalb sie ebenfalls mit Vorsicht zu behandeln sind. Früher galten als Laugen alle Stoffe, die in wässriger Lösung Hydroxid-Ionen abgegeben haben, quasi in Hydroxid-Ionen und Alkalierest dissoziiert sind. Genauer betrachtet sind Laugen aber alle Stoffe, die Protonen aufnehmen und sind damit sogenannte Proton-Akzeptoren. Ja, bei ihrer Dissoziation zerfallen diese in Hydroxid-Ionen und Alkalischer Rest. Wir haben also Laugen reagiert in der Regel als Gleichgewichtsreaktion zu Hydroxid-Ionen und Alkalischer Rest. Nehmen wir als Beispiel das Calciumhydroxid, welches in Hydroxid-Ionen und Calcium-Ionen dissoziiert. Wir haben also Ca, Klammer auf, OH, Klammer zu, CO2, dissoziiert in 2OH- plus Ca2+. Protonen, die von Säuren freigegeben werden, werden von Laugen aufgenommen. Diese Reaktion von Donation, Abgabe und Akzeption, Aufnahme wird als Protolyse bezeichnet. Klar, hatten wir bei Säuren, die waren ja die Donatoren, jetzt haben wir die Laugen, die die Akzeptoren sind, muss ja bei beiden dann entsprechend sein. Ihre Eigenschaften sind denen von Säuren nicht unähnlich. Sie sind halt auch ätzend, machen also Schädigungen an Gewebe. Wichtig hier ist vielleicht noch zu erwähnen, der große Unterschied zwischen Säure und Laugen, was das angeht, sind unsere Sinneszellen. Denn wir besitzen in der Haut Säurerezeptoren, wir merken also, wenn eine Säure uns verätzt. Für Laugen haben wir aber nichts entsprechendes. Wir merken eigentlich erst, dass eine Lauge uns verätzt, wenn wir quasi die Hitze der Ätzung spüren, beziehungsweise die Schäden sehen. Deswegen sind Laugen tendenziell betrachtet gefährlicher als Säuren. Sie fühlen sich entsprechend auch schmierig und seifig an. Auch sie dissoziieren ja ein freie bewegliche Ladungsträger, das heißt auch Laugen sind in der Lage, den elektrischen Strom zu leiten. Und mit Säuren reagieren sie unter Bildung von Salzen und Wasser, wobei natürlich die Energie frei wird. Das ist quasi genau dasselbe wie bei den Säuren. Das ist ja nur der zweite Part der Neutralisation. Ja, und damit sind wir bei der Übung zum Thema Laugen angekommen. Erstens, kennzeichnen folgende Reaktionen die Laugen. Also gerade eben wie wir es bei den Säuren hatten, nur halt jetzt für Laugen. Am besten nehmt ihr wieder Stift und Papier und schreibt euch die Lösung auf oder schreibt das hier ab und markiert euch die Lösung. Ich springe schon mal weiter zur nächsten Übung. Zweitens, ergänzt die Produkte, Edukte der folgenden Dissoziation. Ja, auch hier wünsche ich euch wieder viel Erfolg. Erstens, kennzeichnen folgende Reaktionen die Laugen. Da hatten wir NaOH plus HCl, reagiert zu NaCl plus H2O und natürlich muss Natronlauge, wie es der Name schon sagt, die Lauge sein. Einfach auch mit der Begründung, sie hat ein Proton aufgenommen und das wurde dann zu Wasser. B, Wasser reagiert mit Wasser, zu Hyltonium-Ionen und Wasserstoff-Ionen. Klar, eins der Wasserteilchen muss eine Säure sein, das andere ist automatisch dann natürlich die Lauge oder Basel. C, C2H4, das Äthin reagiert mit Wasserstoff. Theoretisch brauchen wir hier als Katalysator noch ein bisschen Energie und Platin, aber so genau wollen wir es nicht nehmen. Zu Ethan. Ja, und hier ist natürlich das Äthin, die Lauge, denn sie nimmt ja hier zweimal Wasserstoff auf. D, Ca3COO OCHCH3 plus H2O. Was hier so kompliziert aussieht, ist relativ einfach ausgedrückt das Essigsäureanhydrat. Das heißt, zweimal Essigsäure hat unter Abspaltung von Wasser, indem man Energie hinzugefügt hat, reagiert zu diesem Hydrat. Deswegen, das ist jetzt die Umkehrreaktion, wir geben wieder Wasser dazu und es wird wieder zweimal zu Essigsäure. Und das Anthydrat ist hier sowohl Lauge als auch Base. Einmal das eine Teilchen, was ein Proton aufnimmt und der andere Teil nimmt OH- auf. War ein bisschen schwerer, war allerdings auch Absicht, man soll ja auch ein bisschen Knobeln. Okay, damit kommen wir zur Aufgabe 2. Ergänzt die Produkte Edukte der folgende Dissoziation. Ganz einfach angefangen haben wir mit NaOH. Das dissoziiert nahe zu Natrium und Hydroxid-Ion. Klar. Bei B hatten wir Eisen-3-Hydroxid. Klar, das muss zu 3-Hydroxid und Eisen-3-Plus-Ion reagieren. Bei C hatte ich die Produkte vorgegeben. Hier hatten wir das Magnesium-Ion und 2-Hydroxid-Ion. Die korrespondierende Lauge dazu muss folglich MgOH2 sein. Einfach damit es mit der Ladung stimmt. Ja, bei D hatten wir Ca-3, Ca-2-OH, also quasi Ethanol und der dissoziiert im Ethanol-Rest plus Hydroxid-Ion. Allerdings nur unter relativ komplexen Bedingungen. Ja, das war Laugen. Jetzt führen wir Säuren und Laugen zusammen und erhalten dadurch die Neutralisation. Und bei denen tun immer gleiche Mengen Wasserstoff-Ionen mit Hydroxid-Ionen oder Bildung vom Wasser reagieren. Kleine Anmerkung, statt Wasserstoff-Ionen kann man auch Hydronium-Ionen sagen. Das liegt daran, wenn eine Säure dissoziiert, dann Säure-Rest und Wasserstoff-Ionen. Dann liegt in der Regel auch eine wässrige Lösung vor, also H2O. Und das H2O verbindet sich mit dem Wasserstoff zu H3O- den Hydronium-Ionen. Reaktionstechnisch spielt es keine Rolle. Man könnte auf Produkt- und Eduk-Seite quasi Wasser immer technisch wegkürzen. Deswegen ist das nicht so genau zu nehmen. Achso, das ist das, was ich gerade gesagt habe. Genau, dass die Wasserstoff-Ionen durch Wasserstoff-Bindungen als Oxonium-Ionen H3O-Plus vorliegen. Der Name Neutralisation lässt sich darauf zurückführen, dass die Ionen von Hydroxid-Ionen und den Oxonium-Ionen, die die ätzende Wirkung verursachen, miteinander reagieren und dadurch die ätzende Wirkung verloren geht. Kleiner Hinweis, manche sagen Oxonium-Ionen, manche sagen Hydroxonium-Ionen. Ich bin mir nicht sicher, welche Literatur hier richtig ist. Ich habe in der Praxis schon beides gelesen und auch gehört. Die allgemeine Reaktionsformel einer Neutralisation lautet, daher Säure und Lauge reagiert zu Wasser und Salz. Wenn das entstehende Salz gut wasserlösisch ist, liegt es stattdessen als gelöste Ionen vor, dann reagiert es halt zu Wasser-Plus-Säure-Rest-Ionen und alkalischer Rest, auch als Ionen. Da jedes Salz sich teilweise im Wasser löst, nimmt man allerdings der Einfachheit halbe an, dass die Salz immer dissoziiert vorliegen. Deswegen nehmen wir als Beispiel Neutralisation von Eisen-2-Hydroxid, mittels Schwefelsäure, als Frohn ausgedrückt, Fe in Klammern OH-2, plus H2SO4, reagiert zu Fe2+, plus SO4-2-, plus 2H2O. Die entstandene Lösung erhitzt mir aus Scherzmal, dabei wird das Wasser verdampfen und das Salz würde quasi zurückbleiben, da die Ionen ja nicht frei gelöst vorliegen können. Dann hätten wir quasi, dass das Eisen-2-Ion und das Sulfat-Ion zusammen zu Eisensulfat reagieren würden. Wie gesagt, das wäre aber nur bei schwerlöslichen Salzen oder wenn man dann eine Salzlösung hat, die man verdampft. Machen wir hierzu eine kleine Übung. Ergänze folgende Neutralisation. Achtung, die dargestellten Edukte, Produkte stehen gegebenenfalls noch nicht im richtigen Reaktionsverhältnis. Bitte in dem Fall ausgleichen. Das habe ich natürlich aus dem Grund gemacht, weil es sonst ein bisschen zu einfach wäre. Man müsste ja einfach von der Lauge immer nur das OH nehmen, von der Säure nur das H. Und das zusammen zu Wasser addieren. Und dann, ja, die restlichen Ionen einfach nochmal abschreiben von links und entsprechend viele Minus oder Plus obendran schreiben. Damit es nicht ganz so einfach ist, habe ich hier das noch nicht ausgeglichen. Daher wünsche ich euch viel Erfolg. Gebt euch ein bisschen Mühe. Und ja, wir springen zur Lösung und dann vergleichen wir mal, was wir raus haben. Okay, kommen wir zur Lösung. A. Natriumhydroxyd soll mit irgendeiner Säure zu Wasser plus Cl-, also Chloridion und Natriumion reagieren. Wenn wir jetzt mal schauen, Produkt-E-Seite, äh, Produkt-Edukt-Seite, auf der Produkt-Seite fehlt uns ein H und es fehlt uns ein Cl-Minus. Welche Säure könnte wohl das sein? Genau, HCl. Der einfache Trick dabei ist ja einfach nur, die Protonen, die positiv geladen sind, mit den fehlenden negativen Säurerest-Ionen zusammenzuschreiben. Okay, bei B hatten wir nur E-Dukte, H2CO3, die Kohlensäure, soll mit Natriumlauge reagieren. Als cleverer Chemiker wissen wir natürlich, was dabei erstmal rauskommen muss. Und zwar, laut Definition kommt eh immer Wasser raus. Dann das positiv geladene alkalische Rest-Ion, kann hier nur Natrium sein. Und das negativ geladene Säurerest-Ion ist CO3-2-. Manche würden jetzt sagen, Moment, könnte auch H2, HCO3- sein, also noch ein H dran. Stimmt, wäre ein Zwischprodukt. Ich gehe jetzt davon aus, dass sie vollständig dissoziieren. Wer es aber nicht hat und quasi sagt, okay, in der ersten Stufe dissoziiert H2CO3 zu H+, plus HCO3-, würde ich auch gelten lassen. Sieht halt nur ein bisschen anders aus. Ja, jetzt ist die Kunst nur ausgleichen. Natrium ist natürlich ausgleichen, das CO3-2-, das Karbonat-Rest-Ion ist natürlich auch entsprechend oft vorhanden. Okay, müssen wir uns nur noch Wasser anschauen. Gut, links haben wir 3-mal Wasserstoff, rechts haben wir 2-mal Wasserstoff. Wir müssen also quasi dafür sorgen, dass es ausgeglichen ist. Wir schreiben vor einer OH eine 2, jetzt fehlt rechts 2-mal Wasserstoff und 1-mal Sauerstoff. Das heißt, es fehlt einmal Wasser, schreiben wir die 2 davor, dann stimmt es. Okay, bei C habe ich euch nur Produkte gegeben. Es soll Ca3CO- rauskommen, also quasi das Essigsäure-Rest-Ion. Dann soll Calcium-2-plus rauskommen und H2O. Wir wissen also, wir brauchen eine Lauge, die Calcium enthält. Das kann nur Calciumhydroxy, CaOH in Klammern 2-mal sein. Und wir brauchen Ca3CO- einfach negativ geladen, wir müssen also 1H-plus dran schreiben. Dann haben wir Ca3CO-H, die Essigsäure. Und das ist idealerweise natürlich so, dass es noch nicht ausgeglichen ist. Rechts müssen wir 2-mal Wasser haben, weil wir links ja quasi schon insgesamt 3-, 4-, 5-, 6-mal Wasserstoff haben. Rechts haben wir nur 5-mal Wasserstoff. Jetzt nur eine 2-mal Wasserstoff haben wir allerdings zu viel wieder. Also schreiben wir links vor Ca3CO-H wieder eine 2-mal Wasserstoff vor. Jetzt stimmt der Wasserstoff im Wasser, aber insgesamt fehlt ja jetzt noch einmal Ca3CO-. Setzen wir eine 2-mal Wasserstoff vor, dann passt es. Wunderbar. D. Hier soll die Phosphorsäure mit einer Lauge zu Eisen-3-Ionen und irgendwas anderem reagieren. Klar, das ist jetzt ein bisschen schwerer, aber wir sind kluge Chemiker. Wir wissen, wenn da Eisen-3-Ionen sind, dann muss da eine Lauge existieren, die quasi Eisen enthält und 3-Hydroxid-Ionen. Damit es von der Ladung her wieder neutral ist, das kann natürlich nur Eisen-3-Hydroxid sein. Jetzt haben wir eigentlich auch alles, was wir brauchen. Rechts kommt ja immer Wasser raus und das Säure-Ionen muss ja Phosphat sein. Bei 3H+, muss da erst PO4-3- sein. Ja, jetzt geht es nur darum, dass wir schauen, passt der mit dem Wasser. Rechts haben wir 2-mal Wasserstoff. Links haben wir insgesamt 6-mal Wasserstoff. Reicht als bei weit nicht. Schreiben wir 3 davor, haben wir 6-mal Wasserstoff rechts. Insgesamt haben wir 3-mal plus 4-mal gleich 7-mal Sauerstoff rechts. Links haben wir 4-Sauerstoff plus 3-Sauerstoff macht 7. Passt also. Wunderbar, ist ausgeglichen. Kommen wir damit zu E. Hier hat es euch vorgegeben, dass Eisen-3-Hydroxid mit der Schweflikensäure reagieren soll. Achtung, Schweflikensäure, H2SO3. Nicht verwechseln mit der Schweflikensäure, H2SO4. Und die Frage war, was das reagiert. Als kluge Chemiker wissen wir von der allgemeinen Neutralisationsgleichung, dass hier Eisen-3-plus rauskommen muss, weil ja die Lauge dissoziierten Fe3-plus plus 3OH-. Wir wissen auch, dass SO3 2- rauskommen muss, weil die Schweflikensäure zu 2H-plus plus SO3- reagieren wird. Und anhand der allgemeinen Neutralisation, dass mir auch das Wasserbei rauskommt. Jetzt geht es nur noch darum, auszugleichen. Rechts haben wir zweimal Wasserstoff im Wasser, links haben wir bisher insgesamt 3, 4, 5 Wasserstoff. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir jetzt am besten auf ein vernünftiges Maß. Wir sollten erst mal 2 mal 3 rechnen. Vom Eisen jetzt 3-Hydroxid und H2SO3 das kleinste, gemeinsam 4-mal von dem Wasserstoff da drin ist ja 6. Hätten wir also 6-mal quasi, was wir da vorschreiben müssten vor Wasser, machen wir jetzt auch. Jetzt müssen wir uns links nur nach ausgleichen. Wir haben ja gesagt, das kleinste, gemeinsam 4-fache wäre 6. Teilen wir das bei FeOH3 durch die 3, kommen wir auf 2. Bei H2SO3 haben wir 6 durch 2 ist 3. Schreiben also 3H2SO4 und 2FeOH3. Überprüfen das jetzt mal. Wir haben also durch FeOH3-mal haben wir 2 mal 3 mal H sind 6H plus 3 mal H2 sind 12H. Okay, würde passen. Dann halten wir 2 mal 3O sind 6O plus, ja gut, der Rest wird nicht bearbeitet von der Schwebblingssäure, also 6O kommt auch hin. Das sieht schon mal gut aus, das Wasser, H2 und O passen überall. Wenn wir jetzt mal den Sulfit-Rest weglassen, gleichen wir jetzt nur noch die beiden aus. Wir haben rechts jetzt 2 Eisen-Ionen, die wir links noch überschüssig haben und 3 Sulfit-Ionen. Und damit ist die Neutralisation ausgeglichen. Okay, damit sind wir am Ende des ersten Teils der Vorlesung zu Säuren und Laugen. Ich hoffe, es war interessant für euch und hat euch neugierig mal auf den zweiten Teil. Da gehen wir auf den pH, PKS und PKB-Wert ein, also quasi die ganzen Werte, die mit der Berechnung von Stärken von Säuren zu tun haben. Wir werden uns auch mit dem Unterschied zwischen starken und schwachen Säuren nochmal ein bisschen genauer befassen, weil das für die Berechnung dann sehr wichtig wird. Ja, und bis dahin verabschiede ich mich, ein wunderschönes Wochenende, schöner Tag oder was auch immer, gerade heute für ein Tag ist, wenn ihr das Video seht. Ich würde mich um eine gute Bewertung oder auch Kommentare, Tipps, Hinweise etc. freuen. Und verbleibe mit schönen Grüßen. Tschüss!